Hey Leute, weil mir das System und der Gedanke, dass ihr ein bisschen mehr mit meinen Videos interagieren könnt, sehr gefällt, möchte ich das, was ich im letzten Video angesprochen habe, nochmal ausprobieren. Schreibt mir jetzt mal in die Kommentare folgendes. Und zwar einen YouTuber, von dem ihr denkt, dass der eigentlich ziemlichen Bullshit-Content produziert. Und ja, die Hälfte wird jetzt Corona schreiben. Und schreibt da mal dahinter, was lustig wäre, wenn der mal solche Art von Videos machen würde. Beispielsweise stelle ich mir das ziemlich witzig vor, wenn Bibis Beauty Palace auf einmal anfängt, ein Timolia 1 vs. 1 Turnier zu spielen. Fände ich ziemlich geil, ich weiß nicht, vielleicht interessiert euch das überhaupt nicht und es juckt euch einfach nicht. Aber ihr könnt mir jetzt gerne mal einen YouTuber, den ihr vielleicht nicht so geil findet, oder allgemein, schreibt mir auch allgemein mal einen YouTuber rein. Der muss nicht unbedingt Bullshit-Content machen, sondern ihr könnt allgemein YouTuber reinschreiben. YouTuber also aus einem anderen Bereich, die ein Video aus einem wirklich ganz anderen Bereich machen. Was könntet ihr euch da vorstellen? Vielleicht sollte Herr Bergmann auch mal anfangen mit Beauty-Tipps, ich weiß es nicht. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt mir das mal in die Kommentare. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei einer kleinen Runde TryJump. Hey meine Freunde, herzlich willkommen in der Runde und wir legen jetzt mal los. Das ist jetzt übrigens, dieses Video sollte an Heiligabend kommen, ja. Ich wünsche euch allen fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, ihr werdet alle sehr reich beschenkt. Verbringt Zeit mit eurem Liebsten. Das müssen ja nicht unbedingt die Eltern sein. Manche Leute haben vielleicht ihre Familie nicht so gerne. Aber auf jeden Fall mit den Menschen, mit denen ihr euch gerne umgebt. Und habt, das ist natürlich das Wichtigste, ein richtig fettes Weihnachtsessen, ja. Das ist das Wichtigste, Leute. Egal, was euch einer erzählt, es geht nichts über das Weihnachtsessen. Ich habe ja schon letztes Mal, oder in einem Video, wo ich darüber geredet habe, warum ich Weihnachten nicht so mag, viele Kommentare gelesen. Ja, also ich freue mich auf die Geschenke am meisten. Das kann ich verstehen, weil ihr wahrscheinlich auch noch coole Sachen kriegt. Ich habe dabei gegründet, warum das für mich dann halt nicht mehr so, warum für mich die Geschenke nicht mehr so ausschlaggebend sind. Fällt übrigens gerade auf, dass die letzten meiner Videos eigentlich fast alle um Weihnachten gehen. Ja, das Thema scheint mich wohl sehr zu beschäftigen. Also wir haben heute, wo ich das aufnehme, den 22. und ich habe immer noch keine Weihnachtsgeschenke. Oh ja, ja, Weihnachten, toll. Aber bald steht ja auch schon wieder Silvester vor der Tür und dann ist das Jahr sowieso wieder vorbei und dann haben wir wieder ein Jahr Zeit, uns auf die Weihnachtsgeschenke vorzubereiten. Gibt es irgendwas an 2017, wo ihr sagt so, ey, yo, da freue ich mich total drauf. 2017 wird derb Obershit. Oder sagt ihr so, ja, nee, ich bin froh, dass einfach nur 2016 vorbei ist. Das Jahr war so ein Bullshit. Jetzt wird es auf jeden Fall besser. Und dieses Modul, ne? Dieses Krümelmonstermodul, ey, das macht mich wahnsinnig. Ich bin einer, der das eigentlich schaffen kann und ich springe, aber weil ich immer alles in einem durchspringen will, springe ich halt gegen den Block und dann falle ich runter. Leute, die vielleicht öfter bei den Streams dabei sind, die kennen das Problem von mir. Passiert mir nämlich immer regelmäßig im Stream. Übrigens an dieser Stelle mal kurz angemerkt, dass es wahrscheinlich bis zum 28. keine Streams geben wird. Vielleicht auch am 28. noch nicht. Ich muss mal schauen, wann ich wieder zurück bin. Ich werde euch darüber auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Für die, die es noch nicht getan haben, ihr könnt mir gerne auf Twitter folgen, falls ihr Bock habt. Weil da kommt auch immer, also da bin ich am aktivsten. Das ist meine aktivste Social-Media-Plattform. Da lese ich auch sofort, wenn mir jemand was schreibt, abgesehen von Discord. Und da teile ich halt auch immer meine wichtigen Infos mit. Zumindest die, die für mich erwähnenswert wären. Also zum Beispiel so, Yo, wann stream ich wieder? Ah, das war das hier. Hä, lol? Hä? Hm. Mysteriös. Wann stream ich wieder? Wann kommen Videos? Was beschäftigt mich? Und so weiter. So das allgemeine Weltgeschehen halt. Lol! Ah, fuck. Warte. Habe ich etwa das Extreme-Modul geschafft? Noch nicht zu früh, Freund? Lol! Nee, jetzt echt? Nein! Der letzte Sprung! Warum ist denn der letzte Sprung so ein Assisprung? Warum Bergverklebs? Warum tut ihr sowas? Warum foltert ihr so arme Spieler wie mich? Ich meine, für ein Extreme-Modul ist es durchaus machbar. Machbarer als so manche andere Module. Ich will das jetzt auch schaffen. Ich bin jetzt auf 98 als Einziger. Oh, komm, dieser Sprung. Okay, habe ich. Habe ich. Wie muss ich jetzt springen, dass das was wird? So? Oh, lol! Ich habe es. Ich habe es geschafft. Ich habe das Try-Jump-Modul geschafft. Oh mein Gott. Und gerade mal 2000 Tokens. 2000 Tokens. Und gefinished. Das ist unglaublich schlecht. Das ist richtiger Bullshit. Der erste hat 2600. Was? Egal. Wir sind equipped. Und schauen uns mal an, wie das PvP so laufen wird. So, jetzt werden die Leute rasiert hier. Lol! Oh, nee. Der wird mir doch gestealt. Nee, wird er nicht. Ich habe nur Sharpness 2 übrigens auf dem Schwert. Aber das wird reichen. Komm her. Was ist das denn? Team die? Teamt der mit dem? Oh, nein. Zwergi. Oh Gott. Oh, lol! Nice! Voll gerackt. Oh, komm! Den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Hä? Easy. Nice! Noch einer mit dem Zobby-Skin. Oh Gott. Okay. Müssen wir mal kurz gucken. Ich glaube, wir haben bessere Schuhe eingesammelt. Ja, da. Na, wobei eigentlich nicht. Nice! Abgestaubt! Abgestaubt! Oh, yeah! This is how we do it! Freue ich mich gerade darüber, dass ich ein lächerlicher Abstauber bin? Ja, tue ich. Weil... Trijump PvP einfach nur ein riesiges Abgestaube ist. Und ein bisschen Skill. Ey, es ist so spannend, dass ich schon wieder komplett vergessen habe, worüber wir überhaupt geredet haben. Oh, lol! Okay, der musste mich halt auch irgendwann mal wrecken. Oh, komm her! Nice! Aber wie viel Leben haben die eigentlich alle noch? Nein! Oh, da wurde ich jetzt weggestaubt. Okay, ich habe nur noch ein Leben. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Das wird sich jetzt entscheiden. Wo sind sie alle? Wo sind alle? Wo sind die? Da vorne ist einer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann abstauben, wenn ich Glück habe. Und, und... Komm schon, komm schon, komm schon! Abstauben, abstauben, abstauben! Nein! Komm! Ja! Nice! GG! Boom! Gewonnen, Freunde! Ha! Ich hatte keine Ahnung, worüber wir geredet haben, weil mein Gedächtnis ist wie ein Nudelsieb. Aber ich werde euch sicherlich gesagt haben, dass ihr irgendwas in die Kommentare schreiben sollt. Tut das mal! Verdammt, das ist ein bisschen... Das ist schon ein bisschen peinlich jetzt, oder? Hm. Also das, was ihr mir in die Kommentare schreiben sollt, war ja das mit dem YouTuber und der Art von Videos, die der mal bringen sollte. Aber ich habe keine Ahnung, wofür. Egal! Möchtet mir gar nicht länger auftun. Freunde, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wir sehen uns dann morgen in einem weiteren Video. Macht's gut, liebe Freunde. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hallo Leute! Der Vergangenheits-Corona hat euch voll angelogen. Es gibt morgen kein Video, weil ich zu langsam und zu faul und einfach unfähig bin, das Video fertig zu machen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Habt Spaß. Wir sehen uns am 28. wieder. Außer es kommen vielleicht noch spontane, kleine, kurze Vlogs oder Statements. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich würde euch empfehlen, Twitter und Instagram im Auge zu behalten. Viel Spaß! Frohe Weihnachten! Tschüss! Pussy Pussy!